Die Herde war mittlerweile weitergezogen. Weiter oben am Hang konnte Lauscher die Ziegen hie und da zwischen Stämmen und Unterholz auftauchen sehen. »Eine Rabenmutter hast du«, sagte er zu dem Zicklein. »Komm, wir gehen sie suchen.« Er nahm das Tier auf seine Arme und begann den Hang hinaufzusteigen. Dabei geriet diesmal zwar seine Nase in Gefahr, als Euterersatz missbraucht zu werden, aber nach wenigen Schritten hatte er die Herde erreicht und setzte seinen Schützling ab. Dabei hatte er allerdings nicht mit dem Bock gerechnet, dem es gar nicht gefiel, daß dieser Fremdling sich an einem seiner Jungtiere vergriff. Er scharrte mit seinen gespaltenen Hufen im Moos, senkte sein Gehörn und preschte los, um diesen Gegner in den Boden zu rammen. Lauscher konnte eben noch zur Seite springen, ehe der Bock dicht neben ihm krachend gegen einen Baumstamm rannte. Einen zweiten Angriff, zu dem der Bock durchaus bereit zu sein schien, wartete er gar nicht erst ab, sondern sprang in weiten Sätzen den Hang hinunter. Erst am Waldrand machte er Halt. Er lehnte sich an einen Stamm, um wieder zu Atem zu kommen. Und mit einem Mal kam ihm das Ganze so komisch vor, daß er anfing zu lachen. Er lachte über dieses sonderbare Zicklein, für das die Welt nur aus milchspendenden Zitzen zu bestehen schien. Er lachte über diesen Bock, der wegen nichts und wider nichts in blinde Wut geriet. Und über all dem Gelächter vergaß er, was ihn eigentlich in diesen Wald getrieben hatte. Stattdessen verspürte er Hunger, denn er war ja ohne Frühstück aus dem Haus gelaufen, und die Sonne stand inzwischen schon zwei Handbreit über dem Horizont. Am Waldrand entlang machte er sich auf den Heimweg und trat eben in die Stube, als seine Gastgeber von ihrer Morgenmahlzeit aufstehen wollten. Du scheinst heute früh aus den Federn gekommen zu sein, sagte Höni. Wo bist du gewesen? Ich bin ein bisschen im Wald spazieren gegangen und habe mich mit den Ziegen unterhalten, sagte Lauscher. Und was hast du dabei erfahren? fragte Höni. Dass Böcke rasch zornig werden, sagte Lauscher. Ich bin ziemlich schnell gerannt, Höni lachte. Ich hoffe, das hat dir Appetit gemacht, sagte er. Du musst mich jetzt entschuldigen, ich habe zu tun. Nauscher wird dir wohl Gesellschaft leisten. Als Lauscher satt war, sagte Nauscher. Ich beneide dich um den Ritt zu den Falkenläuten. Lauscher fand daran nicht so viel Beneidenswertes, aber das verriet er lieber nicht. Stattdessen sagte er. Dann komm doch mit. Der Blick, mit dem sie ihn nach dieser Aufforderung anschaute, ließ sein Herz schneller schlagen, obwohl er sich nicht deuten konnte, ob aus ihren grünen Augen Verheißung oder Abwehr sprach. Du weißt, dass dies nicht möglich ist, sagte sie. Außerdem wirst du diesmal allein reiten. Fürs Erste wird es genügen, wenn du einen Deckhengst aus der Zucht von Falkenor bringst. Wir wollen versuchen, ihn mit deiner Stute zusammenzubringen, denn sie scheint von edlem Blut zu sein. Lauscher ärgerte sich ein bisschen, daß hier schon wieder über sein Eigentum verfügt wurde. Aber schließlich dachte er, daß er nur stolz daraus sein könne, wenn man so große Stücke auf sein Pferd hielt. Allerdings wirst du Schneefuß diesmal bei uns im Stall lassen müssen, fuhr Nauscher fort. Jetzt wurde es Lauscher zu viel. Das geht nicht, protestierte er. Wir sind seit langem aneinander gewöhnt. Und auf einem solchen Ritt brauche ich ein Pferd, auf das ich mich verlassen kann. Ich fürchte, das würde ein ziemlich unruhiger Ritt werden, auf deiner Stute mit einem Deckhengst am Halfter, sagte Nauscher lachend. Wir haben einen kräftigen Wallach im Stall, der etwas höher in der Schulter ist als unsere Steppenpferde und auch nicht so struppig. Das ist genau das Pferd, das du brauchst. Du kannst dich ja in den nächsten Tagen mit ihm vertraut machen. Ich würde mich freuen, wenn du mir dabei Gesellschaft leistest, sagte Lauscher. Lange genug werde ich dann alleine reiten müssen. Dagegen hatte Nauscher nichts einzuwenden und so ritten die beiden in den folgenden Tagen des Öfteren zusammen aus. Damit Nazia nicht auf einem der niedrigen Steppenpferde neben seinem hochbeinigen Wallach dahintraben mußte, hatte ihr Lauscher seine Stute geliehen. Das Mädchen erwies sich als eine verwegene Reiterin, setzte über Hecken und Gräben, so dass Lauscher zuweilen Mühe hatte, ihm auf dem unvertrauten Pferd zu folgen. Nach einer solchen Hetzjagd kamen sie einmal weiter im Süden, zu der Stelle, an der Lauscher auf seiner Reise zu Arnis Leuten in die Hände der Reiter des Clans gefallen war. Lauscher spornte seinen Wallach an, bis er an Nazias Seite war, legte ihr den Arm um die Schultern und als sie Schneefuß in Schritt fallen ließ, küßte er sie auf den Mund. Nazia brachte ihr Pferd zum Stehen und erwiderte für einen Augenblick seinen Kuss. Doch dann machte sie sich rasch los und sagte, »Was soll dieser Überfall?« »Dieser Platz eignet sich gut dafür«, sagte Lauscher und erzählte ihr, wie ihn hier die Beutereiter erwischt hatten. »Siehst du«, fuhr er fort, »schließlich hatte es doch sein Gutes, dass ich den Kahn samt seinen Reitern in die Steppe hinausgejagt habe. Mir hat diese Sache zu der zweiten Tat verholfen, die ich vollbringen muss, um dich zu bekommen, und dir zu deinem Falkenreiter-Teppich.« Der Kahn war ziemlich wütend über den Verlust. »Das habe ich befürchtet«, sagte Nazia, »aber ich mußte diesen Teppich besitzen, denn er war eigentlich für meine Mutter bestimmt. Der Großmagier legte ihn damals bei der Heirat meiner Eltern in die Hände des Kahns, weil es bei den Falkenleuten üblich ist, dass der vornehmste Begleiter des Paares das kostbarste Brautgeschenk trägt, um es dann im Haus der Braut niederzulegen. Hunli kannte jedoch diesen Brauch nicht und meinte, das Geschenk sei für ihn bestimmt und wurde wütend, als ihm mein Vater zu verstehen geben wollte, wem es eigentlich zugedacht war. Meine Mutter hat mir das später einmal erzählt und seither konnte ich den Teppich nicht über dem Thronsitz des Kahns hängen sehen, ohne den Wunsch zu verschwören, ihn an mich zu bringen. »So ist er nun doch zu einem Brautgeschenk geworden«, sagte Lauscher. »Dazu müßtest du erst deine dritte Tat vollbracht haben«, sagte Nazia. Doch damit konnte sie ihn nun nicht mehr entmutigen. Eben noch hatte er sein Falkenmädchen im Arm gehalten und geküsst, und nun war er sich seines Erfolges so sicher, dass er in dieser neuen Aufgabe keine Schwierigkeit mehr erblicken konnte. »Zweifelst du daran, dass mir dies gelingt«, sagte er. »Mich stört dabei nur, dass ich so lange Zeit von dir getrennt sein soll. Im Übrigen erscheint es mir fast als eine allzu leichte Aufgabe, ein Pferd von den Falkenleuten abzuholen. Gibt es nichts, was ich dir sonst noch mitbringen könnte?« »Ich wüßte schon etwas«, sagte Nazia, »aber es wird nicht leicht zu bekommen sein.« »Gerade deshalb sollst du es haben«, sagte Lauscher. »Was ist es?« »Ein Ring«, sagte Nazia. »Meine Mutter hat mir von einem goldenen Ring erzählt, der gut zu der Fibel passen würde, die du mir von den Bergdachsen mitgebracht hast. Er trägt in einer Fassung von der Form eines Falkenkopfes einen großen Smaragd. Diesen Ring sollst du mir bringen.« »Und wo finde ich ihn?«, fragte Lauscher. »An der Hand des Großmagiers«, sagte Nazia. Erst als Lauscher schon bald eine Woche langbachabwärts nach Süden geritten war, kam ihm allmählich zum Bewusstsein, worauf er sich eingelassen hatte. Wegen des Deckhengstes aus der Zucht von Falkenor machte er sich keine Sorgen. Aber den Ring des Großmagiers an sich zu bringen, war schon eine andere Sache. Ein solch zauberkundiger Mann würde nicht so leicht zu übertölpeln sein wie die schlichten Eisenschmelzer und Handwerksmeister von Arziak. Höni und die Ältesten von Arnis Leuten würden sich zwar mit dem Zuchtpferd zufrieden geben, nicht aber Nazia. Ohne den Ring durfte er ihr nicht unter die Augen treten, dessen war er gewiß. Aber er fand trotz allen Grübelns keinen Weg, wie er ihn bekommen könnte. Darüber wurde es Abend, und je tiefer die Sonne sank, desto aussichtsloser erschien ihm das Unterfangen, zu dem er ausgeritten war. Es dämmerte schon, als er sich endlich nach einem Lagerplatz umsah. Er war schon tagelang am Bach entlang geritten und würde, wenn Hönigs Weisung richtig war, dieses Gewässer nicht verlassen, bis er am Ziele war. Dieser Bach, hatte Höni gesagt, würde nach etwa sieben Tagesritten in einen der Quellflüsse des braunen Flusses münden, dem er dann weiter folgen müsse. Erst am Ufer dieses breiten, fischreichen Gewässers könne er mit Ansiedlungen rechnen. Also mußte er sich für die nächsten Nächte im Gebüsch verkriechen. Schließlich fand er eine Gruppe von Haselstauden, deren dicht belaubte Ruten im Schutz gegen den Steppenwind boten, der gegen Abend aufgekommen war. Hier wickelte er sich in seine Decke und aß noch ein paar Bissen von den Sachen, die Nazia ihm hatte einpacken lassen. Beim Kramen in seiner Packtasche berührten seine Finger die runde Wandung des Krügleins, das er für alle Fälle mitgenommen hatte, falls er einmal auf eine Stunde Kraft angewiesen sein sollte. Er nahm das Gefäß heraus, um sich wieder einmal die krause, altmodische Beschriftung anzusehen. Und da entdeckte er, daß er beim Einpacken das Falsche erwischt hatte, jenes, das Träume enthielt, süße und schwarze. Er hatte den letzten Traum noch vage in Erinnerung, als einen Sturz in ständig sich steigernes Entsetzen und sich seither gehütet, diesen Saft noch einmal zu versuchen, obgleich er jeden Abend dieser Lockung kaum hatte widerstehen können. Dann stieg wieder die Sehnsucht nach diesem Garten in ihm auf, in den er eingedrungen war, bis in die geheimste Mitte zwischen den hohen Hecken, und er brannte darauf, diesen Garten wiederzufinden. Und sei es nur für den einzigen schmerzenden Augenblick vor dem Absturz in die Abgründe des Grauens. Vielleicht war es gar kein Versehen gewesen, daß ihn zu diesem Elixier hatte greifen lassen. Vielleicht hatte ihn etwas, über das er selbst schon keine Macht mehr hatte, dazu gezwungen, sich der Möglichkeit einer Rückkehr in diese Traumgefilde zu versichern. Und er war überhaupt nicht mehr imstande, sich diesem Zwang zu entziehen. Er las noch einmal im schwindenden Licht die Aufschrift. Zwei Tropfen. Sturz in den Abgrund. Und immer wieder. Immer wieder. Umkehr war jetzt nicht mehr möglich. Gierig öffnete er das Gefäß, träufelte das zäge Bräu auf seinen Handteller und achtete nur noch darauf, daß es nicht mehr als zwei Tropfen wurden. Er spürte kaum noch, wie er auf seine Decke zurücksank, und damit ergriff ihn auch schon. Der zweite schwarze Traum Diesmal fand er sich unversehens mitten im Gehege der düsteren Hecken wieder und wollte sich sofort auf die Suche machen nach jeder Mitte, in der die beiden Figuren unter der sprühenden Fontäne standen. Blieb aber gleich wieder stehen, erschrocken über die Lautlosigkeit seiner Schritte. Der Weg sah aus, als sei er mit Kies bestreut, aber unter den Sohlen knirschten keine Steine aneinander. Lauscher beugte sich nieder und betastete den Boden. Ohne Zweifel fühlte sich das an wie Kies, was da auf dem Wege lag, aber die abgeschliffenen Körner ließen sich nicht von der Stelle bewegen, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft an ihrem Ort festgehalten. Als er sich aufrichtete, um weiterzugehen, wurde ihm bewusst, daß alles Sichtbare merkwürdig flach wirkte, die perspektivisch sich verkürzenden Wände der Hecken rechts und links des Weges erschienen ihm wie flüchtige Kulissenmalerei. Und dann entdeckte er den Grund für diesen Mangel an Tiefenwirkung. Es gab hier keine Schatten. Woher hätten sie auch kommen sollen, nur wo es Licht gibt, können Gegenstände Schatten werfen. Hier aber stand am farblosen Himmel eine schwarze Sonne, ein Unstern eisigen Entsetzens, der ihn über die gefrorenen Wege jagte. Und diese Wege waren ohne Ende und schienen ihn immer weiter im Kreise zu führen. Einmal blieb er stehen, weil er auf einem Zweig einen Vogel sitzen zu sehen meinte. In der Hoffnung, endlich etwas Lebendes in dieser öden, lichtlosen Welt zu finden, trat er näher. Er hatte sich nicht getäuscht. Da saß tatsächlich ein kleiner Vogel von der Gestalt eines Rotkehlchens, wenn auch eintönig grau, saß da und bewegte sich nicht, obwohl Lauscher dicht an ihn heranging. Schließlich hob er die Hand und rührte den Vogel an, nur um festzustellen, was er insgeheim schon befürchtet hatte, dass nämlich dieses Tierchen genauso steif und unbeweglich war wie der Kies unter seinen Sohlen. Nicht einmal der Zweig ließ sich bewegen, auf dem er saß, sondern widerstand der Berührung mit gläserner Sprödigkeit. Und so zog Lauscher weiter seine Kreise, geräuschlos und schattenlos, und war wohl schon dutzende Male an dem starren Vogel vorübergegangen, als er einen Durchschlupf in der Hecke bemerkte. Auch dieser Weg, der hier weiterführte, sah nicht anders aus als jener, auf dem er bisher gegangen war. Doch nach einer Biegung öffnete er sich unversehens zu jenem Rondell mit der Fontäne und den beiden Figuren. Für einen Augenblick stand Lauscher wie gelähmt und spürte das Blut in seinem Herzen zusammenströmen, zu einem schmerzhaften Krampf der Erwartung bevorstehender Erfüllung. Doch dann wurde ihm die gläserne Starre auch dieses Bildes bewusst. Wohl stieg die Fontäne des Springbrunnens aus der Mitte des Beckens auf, aber jeder einzelne Tropfen hing festgebannt im Raum und würde nie mehr auf die beiden Figuren niederstürzen, die hier standen, eingehüllt in einen Mantel glanzloser Perlen. Die Frauenstatue starrte mit blinden Marmor-Augen ins Leere. In der Hoffnung, dass die Berührung seiner Hand sie vielleicht zum Leben wecken könne, trat er nahe heran, doch das Netz der schwebenden Tropfen ließ sich an keiner Stelle beiseite schieben. Die glatte, marmorne Haut blieb unerreichbar, unberührbar und tot. Der Boxfüßige auf der anderen Seite hatte das Gesicht des Grauen. Lauscher sträubten sich die Haare, als er dieses unbewegte, ausdruckslose Gesicht wiedererkannte. Ihm graute vor diesem Gesicht. Dennoch näherte er sich unter einem unwiderstehlichen Zwang dieser Figur, trat hinter sie, sah dicht vor seinen Augen den gespannten, marmornen Nacken, das Gekräusel der steinernen Haare. Aber sein Blick schien einzudringen in den kalten Stein, bohrte sich durch die Rundung des Schädels und dann sah er mit den Augen des Grauen, sah diese in sinnloser Verrenkung erstarrte Frauenfigur, das künstliche Lächeln der steinernen Lippen, die unfähig waren, Worte zu sprechen und nur vorspiegelten, dass da etwas sei, etwas Lebendiges, Denkendes, Liebendes, das in Wahrheit nichts war. Und er blickte durch dieses Nichts wie durch Glas hinaus in eine endlose Schneise zwischen leblosen Hecken, die immer weiter hinausliefen, bis sie sich in der Unendlichkeit in einem Punkt zusammenzogen und dem Nichts verschwanden. Und er stürzte hinaus auf diesen Punkt des Nichts zu, stürzte und stürzte, ohne dass etwas näher kam oder sich entfernte. Und in diesem bewegungslosen Sturz verharrte er bis zum Morgen. Und er ist Vielen Dank.